Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin euer Head Benjreen und ihr seht hier bei einem weiteren Part meines Crash Bandicoot 1 Let's Plays mit allen Edelsteinen und wir befinden uns jetzt hier vor dem Level Cortex Power, wo wir jetzt natürlich den Edelstein noch holen werden. So, ach, das war das blöde Level, ich weiß schon, mit den vielen Wegen, das heißt wir müssen immer mal wieder die Wege zurückladen, um auch, ja, jede Kiste mit einzusammeln, so, um uns erstmal unseren Maskenfreund den guten Akku, Akku, so, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, hier rechts lang, oder? Ja, hier stand eine Kiste, wir gucken einfach mal, ja, genau, hier kann man auch gut einfach wieder zurückspringen, so wie das hier aussieht, genau, hopp, einmal da in die Kisten reingeschossen, das blöde Ding, so, hier muss man ja aufpassen, dass man nicht irgendwie vergisst, noch so eine Abzweigung wieder zurückzugehen, das kann schnell mal passieren. So, jetzt erstmal den zweifachen, genau, gehen wir erstmal hier hoch, okay, was ist denn hier? Oh, oh, wieder so ein Fuzzier, okay, oh, oh, ich hoffe, der trifft uns nicht. Ne, da warte ich lieber nochmal ab. Okay. Du bist weg und leider die leben auch. So, aber hier haben wir einmal die, die metallene Ausrufe. Oh, ähm, Ausrufungszeichenkiste, die ja ganz am Ende die Kistenbrücke vervollständigt, die brauchen wir also auf jeden Fall. Okay, hier geht's auch weiter, das lass ich mal, damit ich sehe, wo ich bin, wenn ich von der anderen Seite dahin komme, dass ich hier schon war. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder, oh, oh, ah, erstmal wieder zurück, das war jetzt ein bisschen blöd. Genau, erstmal ein bisschen aufpassen. So, okay. Ja, Vorsicht walten lassen hier, wow, 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 genau. Dann hier, ja, perfekt, so sind wir auch schon wieder ganz am Anfang und können jetzt hier die linke Abzweigung irgendwie langschreiten. Und hier kommt wieder so ein Westernfreund hier, genau. So, aus dem Weg hier, du Affe. Jetzt geht's nämlich hier lang, zum Glück haben wir noch eine Maske. So, okay. Wow! Okay, links geht's mit dem Edelstein weiter. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir hier rauskommen. Ah, okay, das ist die Abzweigung gewesen. Genau, dann können wir hier schon mal alles einsammeln. Und ich sollte auch schon mal diese Checkpoint-Kiste einsammeln. Ja, genau, da kommt nämlich so eine Plattform. Vielleicht brauche ich da nicht mehr bis hierhin zurückspringen. Aber das sieht man ja auch so schlecht, wenn man von der anderen Seite dann kommt. Okay, wir gucken jetzt erstmal, was hier ist. Sie kriegen auf jeden Fall erstmal wieder eine Maske. Sehr, sehr schön. Okay, hier. Ja, das wäre auch schlecht gewesen zum Zurückbommen. Genau. Ja, und besonders hier. Okay. Die aktivieren wir mal. So, gucken wir auch mal. Ja, die ganzen Kisten wurden zerstört. Das ist ja wichtig für uns. Sonst kriegen wir den Edelstein nicht. So, jetzt sind wir... Ach nee, wir sind immer noch nicht an der Abzweigung. So, da ist die Plattform. Die bringt uns auf jeden Fall wieder zurück. Wenn ich mal ein bisschen schneller machen würde, wäre es natürlich noch besser. So, ich glaube... Genau, da geht es, glaube ich, zum Ziel. Aber wir müssen natürlich hier nochmal zurückgehen. Okay, normaler Gegner. Oh! Das war ein bisschen zu spät gesprungen. Aber wir haben ja noch eine Maske. So. Die Kiste ist auch kaputt. Was kommt hier noch? Ne, ich glaube, hier wäre man weitergekommen, wenn man bei dem Checkpoint fast das... Äh, bei der Checkpoint-Kiste, die wir kaputt gemacht haben, weitergesprungen wäre. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Ja, wenn ich jetzt noch abkacke, dann wäre es ja wieder. Aber ich glaube, so viele Gefahren kommen jetzt auch nicht mehr. Ja, da hören wir auch schon die Kisten ploppen. Das heißt, wir sind nämlich jetzt schon kurz vorm Ende. Und... Oh! Ja, ich sammle erstmal die Wumpa-Früchte ein. Nicht, dass die mir hier noch die Sicht blockieren. Okay, dann müssen wir jetzt mit langsamen Sprüngen hier alles kaputt machen. Ja. Sehr schön. So, jetzt noch die vier Kisten. Und ich hoffe mal, wir haben jetzt keine Kiste irgendwo vergessen. Ich hoffe es einfach mal. Ja, sauber. Perfekt. Und natürlich werden jetzt alle Edelsteine erstmal wieder hier demonstrativ zur Schau gestellt. Das dauert natürlich immer länger. Aber, naja, wenn wir uns das schon verdient haben, dann können wir es ja auch mal angucken. Zack. Und da steigt es direkt auf 93%, die wir geschafft haben. Ja, und viele Level bleiben jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, zwei, drei Stück bleiben noch. Dann müssen wir, glaube ich, noch in irgendeinem Level noch den Schlüssel finden. Ja, und dann noch das Geheimlevel machen. Ja, jetzt haben wir eins, zwei, fertig, drei, vier. Das war ein Gegner. The High Road ist fertig. Slippery Climp ist fertig. Lights Out ist fertig. Da oben geht es noch zum Geheimlevel. Und jetzt kommt erstmal Jaws of Darkness. Ich glaube, hier konnte man auch den Schlüssel für dieses Level finden. Das heißt, wir müssen jetzt doppelt aufpassen. Ach, ein Tempel-Level. Also, jede Kiste einsammeln und nach den Cortex-Köpfen Ausschau halten. Das heißt, ich darf auch nicht immer irgendwelche Gegner in Kisten reinschleudern, weil dann erscheint nämlich der Cortex-Kopf nicht, wie wir ja schon in Sunset Vista festgestellt haben. Und das war sehr schlecht getimt. Und das machen wir doch nochmal. Die Kiste sind nicht so pralle, wie ihr euch sicher denken könnt. So, dann übe ich das jetzt gleich schon mal bei dieser Schlange, die da gleich rauskommen wird. Dass ich da von oben drauf hüpfe. Und wir haben jetzt sogar eine Maske. So, komm. Ja, es klappt. Es klappt. Ja, und da stand ich viel zu nah dran. Ja, super. Das hat mal wieder perfekt funktioniert. Genauso habe ich mir das nämlich gedacht. So, naja. Eventuell finden wir ja gleich sogar noch eine Maske. Das wäre natürlich top. So. Genau, jetzt schon mal springen. Genau. Jetzt warten wir nochmal auf die Fledermäuse. Oder kommen die doch nicht mehr? Okay, dann springen wir jetzt. Weil nicht, dass wir springen und die uns dann treffen und wir dann in den Abgrund reinsegeln. Das muss ja auch nicht mehr sein. So, jetzt geht es erstmal mit der Schwebeplattform weiter. So, wo sind die Cortex-Köpfe? Da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich keine Gegner... Also, ja nicht die Gegner irgendwo reinschießen oder per TNT explodieren lasse. Das darf nicht passieren. Weil dann erscheint er nicht. Die muss ich schon selber kaputt drehen. So wie hier, glaube ich. Wir gucken mal. Ja. Ein Cortex-Kopf haben wir nämlich schon. Ne, du, da warte ich nochmal, bis du nochmal runterkommst. So, nicht hier. Dicke Tegler, genau. Glück. Und hier. So, jetzt gucken wir nochmal, ob hier irgendetwas ist. Ne. Ja, dann gehen wir mal heiter weiter hier. Ah, jetzt kommt so ein Scheiß wieder. Das mag ich, ja. So, jetzt geht es nach links. Da warten wir allerdings nochmal eben, bis da einer hochkommt. Genau. Und hier und rüber. Perfekt. So, jetzt wieder drauf springen. Ja, nix kaputt schießen. Das ist wichtig. Vielleicht ist hier sogar der Cortex. Nein, da ist er nicht drin. Aber, was kam denn jetzt hier? Okay. So. Wir gucken natürlich wieder alles ab. Ne. Aha. Da oben wäre nämlich auch noch eine Kiste gewesen. Also wieder schön fies versteckt. Okay, jetzt müssen wir hier gut und präzise springen. So, weg mit dir. Und jetzt kriegen wir sogar eine Supermaske. Ne, doch noch nicht. Wir wurden gerade getroffen. Alles klar. Das wäre ja auch nur schwieriger geworden. Weil wir dann ein bisschen schneller unterwegs sind. So. Aber hier kriegen wir sie. Aber ich glaube, ich werde sie nicht einsammeln. So. Die lassen wir mal da liegen. Weil das ist jetzt nur störend bei dieser Sprungeinlage. Oh mein Gott. Ich hoffe, bei dem Weg... Oh. Okay. Ich denke mal... Ja, die Cortex-Köpfe haben wir noch. Jetzt kann ich den Edelstein sowieso vergessen. Da probiere ich aber wenigstens, dass ich eben den Schlüssel schon mal holen kann. Weil das dürfte ja jetzt auch nicht so... Och, das gibt's doch nicht. Wie bräzig kann man denn sein? Ach, scheiße. Ne, den Kopf haben wir ja schon. Genau. Jetzt wieder Konzentration hier. Jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Ich glaube, ich weiß nämlich, wo der zweite Cortex-Kopf war. Da lassen wir jetzt die Edelstein-Brücke da mal außer Acht. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Genau. Genau. Hier kam das nämlich. Springen wir jetzt einfach mal weiter. So. Ach, wieder eine dicke Thekla. Gut. Hier zwischen kam schon mal keine Kiste mehr. Das ist auch gut zu wissen fürs nächste Mal. So. Lass mich durch. Komm. Sehr schön. Wo ist denn hier der nächste Cortex-Kopf? Dass wir auf jeden Fall schon mal die Schlüssel haben. Den Rest kann ich ja gleich nochmal nachholen. So. Was ist jetzt los? Okay. Aufpassen. Ah. Ja, genau. Die hätten wir nämlich dann wieder hier reingeschossen. So. Da ist der zweite Cortex-Kopf. Ura. Jetzt hänge ich hier ein bisschen. Oh. Oh, 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 oh. So. Das ist nochmal gut gegangen. Hopp. Und hopp. Und hopp. So. Hier geht's weiter. Hier ist wieder ein Geheimgang. Och. Das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal. Aber okay. Aber okay. Hauptsache wir haben die zwei Köpfe noch. Perfekt. Ach man. Der rutscht aber auch überall runter. Der blöd Mann. So. Dann haben wir das schon mal. Und rüber. Och. Ist es denn die Möglichkeit? Ja. Ich mag dieses Leute nicht besonders. Wie man vielleicht merkt. So. Okay. Auf ein neues. Ich hoffe ich kriege wenigstens den Schlüssel jetzt im First Try. So. Und. Ne. Was ist jetzt los hier? Warum? Naja. Brauchen wir uns auf jeden Fall nicht darum zu kümmern, dass wir da die Schlange gleich in die Kisten reinschießen. Den Kopf haben wir ja. Ach so. Da hätten wir auch weiter nach vorne gehen können, wie ich gerade sehe. So. Jetzt aber. Weg da. Genau. Dann hätten wir nämlich die Kisten hier kaputt gemacht. Und der Kopf wäre überhaupt nicht erschienen. So wollen wir es ja nun nicht haben. So. Auf ein neues hier. Jetzt aber. Genau. Und hier dürfte der dritte und letzte Kortevskopf sein. Super. Dann holen wir jetzt erstmal diesen verdammten Schlüssel. Ich hoffe wir schaffen es. Ach. Das sieht ja schon mal gut aus. Was ey. Äh. Okay. So. Da passen wir mal ganz gut drauf. Ich höre die Warplattform schon. Ach. Zu spät. Zu spät. Scheiße. Verdammt. 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 Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Bis die Kisten erscheinen. Ja gut. Dann können wir jetzt auch so wieder rausgehen. Ja. Das ist mit das schwierigste Level. Also generell sind diese Tempel-Level. Egal ob man jetzt hier drinnen ist oder draußen. Die sind generell ziemlich schwierig und nervig. So. Dann gucke ich, dass ich das jetzt wenigstens nochmal hintereinander wegholen kann. Naja. Wenn ich sterben sollte, versuche ich auf jeden Fall dann erstmal wieder den Schlüssel einzuhalm. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal, dass wir jetzt alles zusammenholen. Ah. Ah. Okay. Nach dem Cortex-Power-Level ist meine Konzentration das doch schon ein bisschen geschwächt, sag ich mal. Aber okay. So. Jetzt warten. Genau. Jetzt auch warten. Ja. Nehmen wir nämlich schön den nächsten mit. Genau. So. Hier auch warten. Muss es ja nicht übertreiben hier. Ja, so. Roms, roms, roms. Jetzt haben wir wieder so einen Masken-Fuzzi. Sehr schön. Ja, so geht das doch. Jetzt komm doch mal hoch. Blöde Flamme. Sehr schön. Hopp und hopp. Und so sind wir auch in dem ersten... In der ersten Unterführung hier. So, das ist ja schon mal was Gutes. Ah. Oh. Nein. Oh, Crash. Meine Fresse. Das kann man so schlecht sehen. Mann. Egal. Auf ein neues. So. Schwupp, schwupp. Und schwupp. Ja, es kann ja nicht immer alles glatt laufen, dass ich hier durch jedes Level hier in zwei, drei Anläufen schon durchkomme. Ja, dann lasse ich hier halt mal ein paar Federn, sag ich mal. So. Jetzt ist aber der Wurm drin. So, da schlüppert der einfach da runter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gerade in diesem Level ist, dass die Kanten besonders glitschig sind. Oder ob das einfach nur ist, weil ich zu weit springe. Oh, oh. So, wow, das war knapp. So, jetzt wieder ganz, ganz ruhig und ganz, ganz easy. Genau, du verschwindest, dann taucht eine auf und wir können ja ganz easy rüber. So, zack. Die können wir sogar noch wegschleudern, glaube ich. Genau. So, das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Unterführung. Ja, schon. So, hopp. Und hopp. Hier passen wir diesmal auf. Fledermäuse kommen, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Da waren wir, glaube ich, schon zu weit an der Kante. So, sehr, sehr schön. Und jetzt rüber. Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. So, auf die nächste Plattform. Wo bringt sie uns denn hin? Okay. Und jetzt zurück. Oh, 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 oh. Aufpassen. Nicht übermütig werden hier. So, hier gab es den ersten Cortex-Kopf. Genau. Da oben war, glaube ich, nichts. Nö. So, da warten wir noch. Hier warten wir jetzt auch nochmal, bis die Spinne nochmal runterkommt. Das ist mir nämlich zu unsicher. Da ist die dicke Tegler. So, zack. Und jetzt hier rüber. Genau. Ist da oben noch was? Nee. So, dann kommen wir jetzt auch bald wieder daran, die ganzen Köpfe einzusammeln. Okay, hopp. Und hopp. So. Dann kommt mal hoch hier. Genau, zack. Und zack. Wow, das war knapp. Ich glaube, hier können wir sogar noch schießen. Das ist egal. Genau. Und dann müssen wir jetzt wieder die Sprungpassage machen. Ich hoffe mal, ich segle hier nicht rein. So, Maske. Die Kiste kaputt machen. Und hier oben. Ganz wichtig. Ja, und dann geht es jetzt weiter. Ich glaube, hier bin ich noch nicht einmal gestorben. Aber da will ich mich jetzt auch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So. Doppelte Maske wieder. Und weiter geht der Spaß. Ja, ein sehr, sehr spaßiges Level. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welches Level aus diesem Spiel für euch das schwierigste, beziehungsweise nervigste ist. Also, Slippery Klimp und Sunset Vista und dieses hier. Die sind ganz weit oben, die Level, wie ihr euch sicher denken könnt. Weil sie lang und nervig sind. So. Gucken wir mal hier oben. Naja, irgendwie war da nichts. So. Bombs. Genau, schießen wir erstmal die Hälfte weg. Wir haben ja auch noch genug Leben. Wir müssen nur gucken, dass wir hier wieder ordentlich springen. Nach vorne springen ist deutlich schwieriger. Als seitlich. Okay, was haben wir da? Oh. Okay. Alles klar, kein Problem. Kein Problem. Wir sind noch gut weggekommen. Ich glaube, jetzt geht es auch wieder zurück. Was ist hier? Aber wahrscheinlich war da ganz am Anfang, wo wir das durchgezockt haben, irgendwie ein Leben oder so. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendwas Fieses versteckt war. Weil es muss nicht sein, dass wir das Level nochmal machen. Aber naja, wenn ich den Schlüssel nicht kriege, steht das sowieso an. So, kommen jetzt nochmal die Fledermäuse oder können wir hier springen? Wir springen einfach. Sehr schön. Weiter. Gut. Auch gut gelandet. Boah. Hätten wir auch einfach warten können. Ich mache natürlich hier wieder Risiko pur. So, perfekt. Hier springen. Ganz wichtig. Nicht, dass uns hier der Cortex-Kopf durch die Lappen kommt. Genau. So. Einmal oben. Die untere fliegt sowieso weg. Kommen wir direkt hier mitgehen. Sehr schön. So, genau. Jetzt müssen wir gleich aufpassen. Denn hier geht es wieder weiter. So, perfekt. Und hier kommt wieder der Cortex-Kopf. So. Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt. Weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Nur wegen diesem dämlichen Schlüssel. So. Konzentration. Oh, Kacke. Wow. Nein. Och Mensch. Warum fliegt der denn zur Seite? Das war natürlich auch äußerst dämlich, dass ich sofort schon darüber gesprungen bin. Aber okay. Ich werde jetzt versuchen, noch den Edelstein zu holen. Dann hole ich halt den Schlüssel gesondert wieder. In einem Cut. Muss ja nicht sein, dass ihr dann die ganze Zeit dabei seid, wenn ich hier faile. So. Dann holen wir halt nur noch den Schlüssel. Bevor es dann ins nächste Level geht. Es kommen ja jetzt auch nicht mehr so viele. Ich glaube, danach nur noch eins. Und dann sind wir auch schon so weit fertig. Dann kommt halt nur noch dieser Secret-Level. Jetzt stelle ich doch hier nicht so an Crash. Und ich hoffe mal, wir sind jetzt auch bald mal am Ende. Achso, da. Genau. Hier kommt noch ein Checkpoint. Was ist hier los? Okay. Schnell, schnell, schnell. Wow. Wow, 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 wow. Ich hoffe mal, wir haben jetzt wenigstens alle Pisten eingesammelt. Dann wäre das schon mal weg. Ach, sauber. Okay. Super. Der Edelstein ist schon mal in unserem Besitz. Damit wird der weitere Fortschritt hier schon mal deutlich einfacher. So. Genau. Ihr wisst ja jetzt auch, wo die verschiedenen Cortex-Köpfe zu finden sind. Deswegen cutte ich uns jetzt mal direkt wieder in das Bonus-Level von Cortex. Also, bis gleich. So. Damit sind wir wieder in Cortex-Bonus-Level angelangt. Und ich versuche jetzt nochmal mein Glück hier. Diesmal passe ich aber ein bisschen besser auf. So. Genau. Ja, das dauert immer so ein bisschen. Leider. So. Ach, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ach, Mensch. Das gibt es doch nicht. Okay, meine Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. So. Neue Runde. Neues Glück hier im Cortex-Bonus-Level. So. Diesmal habe ich sogar gar keine Maske. Das macht es nochmal deutlich schwieriger. So. So. Perfekt. So. Jetzt muss ich dasselbe genau nochmal hinkriegen. Ach, Mann. Ja, jetzt wurde die Kiste, auf die ich eigentlich nochmal drauf springen wollte, um nochmal ein bisschen Schwung zu kriegen, mit zerstört. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Yeah. Noch eine Runde. Das macht immer so viel Spaß, wieder dieses komplette Level bis hier hin zu zocken. Ah, das glaubt ihr gar nicht. So. Diesmal sogar wieder mit Maske. Aber ich hoffe mal, wir brauchen sie jetzt noch nicht. So. Okay, die Maske ist noch da. Das ist gut. Aber es hilft uns natürlich auch wenig, wenn wir gleich einfach hier rein segeln. Yeah. Woo. Ist es denn wahr? Wir haben es geschafft. Da ist der Schlüssel. Perfekt. Endlich. So. Es wird natürlich sofort gespeichert. Wie ihr seht, es fehlen uns nur noch zwei Edelsteine. Ist es denn wahr? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel aktiviert. So. Hier geht es jetzt erstmal raus. Hier weg da. Ich kann das Level nicht mehr sehen. So. Und ich denke mal, in diesem Part werde ich noch... Genau. Hier haben wir den Schlüssel. Fumbling in the Dark. Das ist nochmal eine schwierige Variante dieses Levels. Wir machen allerdings jetzt nochmal dieses Level. Dann haben wir nämlich die regulären Level schon mal fertig. Dann fehlt uns im nächsten Part nur noch dieses Speziallevel. Und... Achso. Hier waren ja Leben. Hier sind jetzt keine mehr. Das haben wir ja im First Try, sag ich mal, recht schnell durchgemacht. Durch diesen... Ja. Durch dieses Versteck, sag ich mal. Durch diese Bonuspassage. Jetzt müssen wir es allerdings nochmal regulär schaffen. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt auch kein Problem mehr darstellen. Ich hoffe es mal. Weil das Level kenne ich ja nicht. Wie gesagt, das haben wir ja vorhin, beziehungsweise in den vorherigen Parts, einfach durch diesen grünen Edelstein ein wenig geskippt. Na! Ah, Crash, ey. Uiuiui. Okay. Müssen wir aufpassen. Hier fahren uns die Plattformen auch direkt in diese heißen Rohre. Das ist natürlich auch nicht so pralle. So, jetzt haben wir erstmal unseren zweifachen Maskenfreund. Das ist... Ja, da ist er auch schon wieder weg. Natürlich. Wie gewonnen. Gut zerronnen. Aber natürlich ist er noch einmal vorhanden. So, können wir die Dinger irgendwie kaputt drehen? Ja, es geht. Sehr schön. Aber das Level sieht jetzt auch noch nicht so schwierig aus. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was jetzt noch kommen wird. Oder ob es hier auch wieder irgendwelche versteckten Passagen gibt. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier hochkommen. Ich versuche jetzt erstmal, so gut wie es geht, ins Ziel zu kommen. Wow. Ja, okay. Ich wollte gerade schon sagen, warum wurde ich denn da nicht getroffen? Aber leider. Naja. Okay. Da kriegen wir auf jeden Fall wieder eine Maske. Sehr schön. Was kommt jetzt? Achso, wieder dieser heiße Dampf. Okay. Ganz, ganz knapp. Hopp und hopp und hopp und hopp. No problem. Wow. Das ging auch gerade nochmal gut. Hätte ich eigentlich nochmal zuerst gucken sollen, wie die Reihenfolge ist. Aber naja. Was machst du? Ja, ihm tut das natürlich überhaupt nicht weh. Ist ja klar. Hä? Was war das denn jetzt? Äh? Warum will die Kamera denn da nicht mit? Ist da oben noch was? Hallo Kamera. Ja, danke schön. Okay, da war nichts. Hier macht das Ding keine Spiränzchen. Okay. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder die Leben voll. Genau. Äh, äh. So, und hier nochmal bitte das Ganze. Komm. Ah, so will ich das doch sehen. Und es geht wieder abwärts. Ne, da falle ich nicht drauf rein. Okay. Hopp. Wow. Ja, nochmal ein paar Wumpa-Früchte einsammeln. So, das reicht. Haben wir eh volle Leben. Weg hier. Aus dem Weg. Was kommt jetzt? Okay, Checkpoint. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Glück. Okay. 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 Ganz ruhig. Ganz easy. Genau. Hopp. Hopp. Und weg. Sehr schön. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Komm. Rüber da. Genau. Auf die Plattform. Nach unten. Nach oben. Es geht nach oben. Oh. Doppelplattform. Und. Aus dem Weg hier. Okay, den treffen wir gar nicht. Den aber. Und den. Und diesen Idioten, der da einfach ganz frech auf uns wartet. Okay. Ach, was. Was mache ich denn da, ich Idiot? Wah. Nein, was mache ich? Warum laufe ich denn da einfach? Da dachte ich, ich könnte das Spiel austricksen. Aber. Ja. Das war irgendwie ein bisschen hirnrissig. Aber okay. Wir müssen es leider noch einmal machen. Da war ich wieder viel zu voreilig. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so lang ist da. Mit diesem Dampfrohren. Beziehungsweise. Diesen Kesseln, wo das rauskommt. Aber naja. Da ist das Ziel. Es geht leider nicht. Und nochmal von vorne. So. Zack. Alles easy. Das kennen wir ja schon. Ach, da muss ich das Kistenspring gleich nochmal machen. Ach, das war so nervig. Aber ich denke mal, das wird jetzt auch gar kein Problem mehr darstellen. Ey, beeil dich mal. So. Und da das Level so lang und nervig ist, wenn ich da nochmal sterben sollte, dann cutte ich uns wieder dahin. So. Müssen wir uns ja jetzt nicht hier mit so vielen Versuchen aufhalten. Da wir sowieso kurz vom Ende sind. Denk mal, es werden noch genug Versuche in diesem Secret Level drauf gehen. Ja, unser Maskenfutze ist schon wieder weg. Toll. Das schaffe ich echt gut. Muss ich ja echt mal sagen. Weg. Weg mit dir. Genau. Hopp. Und hopp. Und hopp. Checkpoint. Wow. Der kommt sogar hoch. Jetzt wieder aufpassen. Nicht, dass wir uns hier eine heiße Rübe holen. Das wäre ziemlich unvorteilhaft. So. Das ist noch relativ einfach. Genau. Sehr schön. Jetzt einfach rüber gehen und nach vorne. So. Perfekt. Jetzt kriegen wir auch wieder eine Maske, glaube ich. Jupp. Alles wird gut. Wow. Na komm. So. Ach Mist, ich dachte man könnte da drüber hüpfen. Okay, das geht doch nicht. Ja. Wieso habe ich mir jetzt wieder die Chance hier verspielt? Okay, wenn der mittlere war, springen. So. Pack, 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 pack. So, jetzt geht es wieder nach... Wow. Wow, 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 wow. Aufpassen, aufpassen. So, wir kriegen jetzt wieder eine Maske. Diesmal spielt die Kamera mit. Sehr schön. Wieder nach unten. Achso, der Kack war das ja hier. So, plöck, plöck. Jetzt geht es hier weiter. Und nochmal bitte. So, und wieder nach unten. Yay. So, da drüber springen. Paar Wumpa-Früchte und weiter geht es hier. Weg mit dir. Weg mit dir. Kriegen wir jetzt eigentlich nochmal eine Maske? Das wäre ja nicht schlecht. Weil ich habe natürlich die Masken, die wir bekommen, wieder total saudämig verspielt. Na ja. Kann man jetzt ja nicht in... Ach, jo, das war ja hier. Okay, kein Problem, kein Problem. Alles easy. Alles easy. Genau. Und geschafft. Ne, ne, ne. Auffassen. Oh, das war ganz schön knapp. So, jetzt aber. Das kam jetzt und... Ja, jetzt ging es nämlich los. Jetzt müssen wir das hier schaffen ohne die Maske. Wo ist das blöde Ding denn? Da. Genau. Und hoch bitte. Beeil dich mal. Genau. Weg mit dir. Weg mit dir. Und du auch weg. Jetzt kommt das wieder. Ja, eigentlich müssen wir hier nur nachgehen. Das war ja doch nicht so schwierig. Oh Mann, ich bin doch... Ich bin doch manchmal napf, ey. So. Jetzt dürfen wir hier wieder fahren. Wow. Okay. Hier kommen wir drauf. Und ich höre schon das Ziel. So. Sehr schön. Und ich hoffe, wir haben jetzt alle Edelsteine gefunden. Wehe, wenn nicht, dann schmoll ich aber. Ja, sauber. 97% haben wir bis jetzt. Und wir kriegen jetzt den vorletzten Edelstein. So muss das doch sein. Ja, komm, beeil dich mal ein bisschen hier. Ja, ganz viele. 98% haben wir jetzt schon erreicht. Und den letzten Edelstein finden wir, wie gesagt, in diesem freigeschalteten Level. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Aber das wird im nächsten Part kommen. Denn das wird, denke ich mal, auch dann der finale Part sein. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch. Und das haben wir alles sowieso. Also im nächsten Part kommt Fumbling in den Dacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Schluss wird. Das alternative Ende. Dann seid ihr auch im nächsten Part wieder mit dabei. Wenn das heißt, let's play Crash Benicoot 1 mit allen Edelsteinen. Bis dann, meine Freunde.